Warum stecken wir uns eigentlich Ringe als ein Symbol in Drea? Ein Ring hat keine Ahnung, kein Ende. Ein Ring ist ein Symbol der Unendlichkeit. Es ist ein Symbol für Gottes Liebe, die unendlich ist. Und es ist ein Erinnerungssymbol für euch weiter, dass die Liebe Gottes zu euch unendlich ist und dass ihr euch lieben könnt, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Bruder, ich gebe dir diesen Ring. Friedi, ich gebe dir diesen Ring. Einen Bein und zwei Ehe. Alles, was ich bin, gebe ich dir. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen der Liebe Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020